Kann ich ein Brötchen bestellen? Dickey? Dickey? Dickey, hallo? Kann ich ein Mondbrötchen bestellen? Dickey, hallo? Ich hätte gerne ein Mondbrötchen mit Rührei. Dickey? Hat hier irgendjemand von meiner Giraffe geträumt? Dickey, kennst du den Film Zärtliche Cousinen? Ich glaube, da hat auch da bei Ego-Ding-Filiatrik was bestellt. Kannst du das mal bitte auf deine Seite nehmen? Vielen Dank. Ich hab' geschaut. Dickey, Fetty, Fatso Schubert! So kommt die Welt. So kommt die Welt. So kommt die Schrecklich. Bei Teser gequält. Affel steht oben. Ganz allein auf dem Haus. Affel mit Spiegel. Stop die Fenmerf cartm. Impact mit Spiegel. Untertitelung des ZDF, 2020